Hi meine Lieben! Ja, ich habe heute schon wieder einen Primer Call für euch. Ich weiß, viele denken und ich kriege sehr oft unter meinen Videos als Kommentare geschrieben, oh mein Gott, du machst nur noch Hauls und all sowas. Aber es ist gar nicht so. Also irgendwie kommt es bei vielen so an, als würde ich echt nur noch Hauls machen. Klar, Hauls ist ein ganz großer Bestandteil von meinem Kanal. Also ich drehe super gerne Hauls, ich kaufe super gerne ein. Es ist kein Geheimnis, ja. Aber es sind nicht nur Hauls, aber im Moment habe ich so viel anderes im Kopf, privat und allgemein. Ich komme zu echt nichts anderes, was ich als Video umsetzen könnte. Ich habe schon mehrere Ideen und das schiebe ich Woche für Woche jedes Mal vor mich hin, weil es einfach echt keine Zeit findet oder keine Nerven von meiner Seite aus dann. Und deswegen schaffe ich es echt im Moment nicht so viele Videos zu drehen. Und wenn, dann freue ich mich, dass ich ein bisschen Haul-mäßig was machen kann. Aber ansonsten ist es echt ein bisschen schwierig. Und ja, so circa zwei Wochen wird es noch dauern. Dann denke ich mal, pendelt sich das immer mehr und besser wieder ein. Und heute mache ich eben mal weiter mit einem Primer Call, weil das ist so ein bisschen Tradition auf meinem Kanal. Das lasse ich eigentlich nicht so gerne schleifen. Und das sind eben die DM-Hauls und die Primer Calls. Und deswegen mache ich heute wieder mal einen Primer Call. Ja, ich habe ganz viele Basic-Sachen geholt. Ich wollte auch sehr viele Basic-Shirts und Tops und all sowas. Und speziell in der Farbe Grau. Irgendwie hat mich die Farbe Grau jetzt total geflasht, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe so Gefallen daran gefunden an der Farbe Grau und verschiedene Nuancen davon eben. Und deswegen wollte ich auch sehr viele Basic-Tops und all sowas, wo man viel mit kombinieren kann und wo auch wieder zu sehr vielem passt. Und deswegen war ich hauptsächlich dort drin, um graue Sachen zu suchen. Für manche vielleicht mega langweilig, aber ich finde die Farbe im Moment mega cool. Und ich beginne auch gleich mal mit ein paar grauen Sachen. Ich habe mir dieses T-Shirt nochmal nachgekauft. Das ist dieses hier, was super weich ist. Also richtig, richtig extrem weich, wenn man es anfasst. Und das ist so ein bisschen weiter geschnitten. Also das ist jetzt Größe 34 und man sieht, es ist mega lang und weit geschnitten und auch hauchdünn. Also meistens sieht man echt nur was drunter, so sieht man ein bisschen viel. Und ich habe mir das eben nochmal nachgekauft, weil bei mir hier an dieser Naht hier vorne was nicht gestimmt hat. Und deswegen wollte ich es unbedingt nochmal haben, weil ich mich so verliebt habe in dieses Shirt. Und dieser Grauton ist auch noch ein bisschen anders wie mein anderes Grau. Also irgendwie gab es da auch auf diesem Ständer, wo genau diese gleichen T-Shirts hingen, verschiedene Grau-Nuancen. Also ein bisschen ins Lilane, ein bisschen ins Ockergrau und all sowas. Das hat jetzt auch nochmal einen ganz kleinen anderen Farbton mit drin. Und deswegen wollte ich es unbedingt nochmal haben. Und das hat jetzt 5 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein stinknormales Basic-Shirt gekauft, auch nochmal in Grau, mit ganz kurzen Ärmelchen und auch ein bisschen länger. Geht so leicht über den Po, so ganz knapp. Und finde ich wunderbar, kostet nur 3,50 Euro. Dann habe ich mir nochmal so ein Shirt gekauft, in einem schönen Blauton. Das Blau hat mich total geflasht, also ich fand das richtig cool. In der Kamera leuchtet es ein bisschen stärker, finde ich jetzt mit dem Kunstlicht hinten dran. Aber ich finde auch, das Blaue ist sehr kräftig und ich mag das jetzt gerade irgendwie total. Und dann habe ich mir nochmal, wie dieses anfangsgraue Shirt, was sehr weich ist, nochmal, Moment. Doch, das ist das Gleiche, ja. Ähm, nochmal in so einem Rosaton gekauft. Das ist immer so meliert, auch das Graue ist so weiß-grau meliert und das ist jetzt so weiß-rosa. Und so ein süßes, zartes Rosa passt halt auch und ist über den Po geht's auf jeden Fall und ist schön lang und ich mag das sehr gerne. Dann, also es wird sehr graulastig, wie ich schon angekündigt habe, habe ich mir das hier gekauft. Auch wieder ein anderes, ein helleres Grau mit schwarz, grau, hell und weiß irgendwie so meliert. Ist auch wieder schön lang und locker, ich habe es irgendwie total mit diesen Dingern gerade. Und kostet auch bloß 5 Euro. Dann, falls ihr noch dran seid und noch grauer tragen könnt, habe ich mir noch ein Shirt, also jetzt habe ich echt genug, ne. Also ich habe es ein bisschen übertrieben. Für 2,50 Euro ist, äh, hat ein Rundhalzausschnitt, ist auch ein bisschen was anderes und, ähm, ja, ist auch wieder lang. Also irgendwie habe ich wirklich extrem für grau gekauft. Aber jetzt bin ich damit auch eingedeckt und das kostet bloß 2,50 Euro und dann konnte ich da nicht nein sagen. Dann kommen wir zu etwas nicht grauem und das ist diese Shorts hier und die Farbe auch mega. Das ist wieder so ein Pastelllila-Blau. So irgendwie so speziell und das wollte ich unbedingt haben und ich finde die richtig cool. Werd die wahrscheinlich nochmal umtauschen müssen, weil die mir ein bisschen zu groß ist. Also ich habe meine normale Hosengröße da drin genommen und die ist aber am Po ziemlich weit geschnitten. Also da steht so blöd ab zwischen Po und Bein. Das gibt gar keine schöne Form. Deswegen werde ich es nochmal eine Nummer kleiner wahrscheinlich holen. Aber so an sich finde ich die mega cool von der Farbe. Und die hat 7 Euro plus gekostet. Dann habe ich mir diese Home-Decke gekauft und die ist super weich. Und ich liebe diese Decken, diese ganz flauschig weichen von Primark. Ich habe da schon so eine rote davon und dachte mir, hey du magst grau, kauf dir doch eine graue Decke noch dazu. Und passt ja eh so schwarz-weiß-grau, ist ja eh so in meinem Zimmer hier überall. Und deswegen habe ich mir jetzt noch eine graue Decke geholt für 6 Euro. Und die ist richtig groß. Also steht auf 1,50 Meter und 1,25 Meter. Also sehr groß. Dann habe ich mir noch zwei so Winteraccessoires gekauft. Und das sind solche dünnen Pullover, die auch wieder sehr locker fallen. Da muss man immer Acht geben, dass es nicht zu schlapprig aussieht. Da war jetzt auch meine Befürchtung, dass es vielleicht zu extrem wird. Also ich zeige dir euch mal, das ist jetzt so eine Mint-Farbe. Und das ist sehr lang. Vorne ein bisschen kürzer und hinten länger. Und auch allein diese Form schon, dass es unten rund geschnitten ist, sieht manchmal zu sackig aus, finde ich. Und das ist jetzt Größe XS und hat hinten noch so einen langen Reißverschluss. Und ich habe mir gedacht, jetzt probierst du es einfach. Du kannst es ja notfalls umtauschen. Und ich finde, in dieser Größe XS geht es gerade noch so, dass es nicht zu sehr schlapprig aussieht. Und man es auch noch echt schön tragen kann. Und das hat jetzt 12 Euro gekostet. Und jetzt ratet mal, welche Farbe da noch mit musste. Ja, ich habe es auch noch mal in so einem Grau geholt. Also mit Grau kann man mich dieses Mal echt locken. Und die Ärmel und so, das ist alles schön weich und liegt schön an. Und eben der Mitte ist ein bisschen weiter geschnitten. Und ich liebe sowas total. Und das gab es auch noch in Rosa, so Rosa-Pink und in Schwarz. Aber in Schwarz habe ich so ähnliche schon von H&M. Und das Pink wollte ich mir jetzt noch überlegen. Deswegen, ja, habe ich es erst mal gelassen. Und eigentlich, wir sind noch gut in der Zeit. Eigentlich könnte ich euch noch zwei andere Sachen zeigen. Oder drei sogar. Moment. So, und ich habe mir zum einen, da war gerade so eine Aktion bei Girls, aber das haben die anscheinend öfter mal, dass man, wenn man Schuhe für 50 Euro kauft, irgendwie 10 Euro Rabatt kriegt und solche Aktionen eben. Und die weiß man eigentlich vorher nicht. Also man steht vorm Laden und denkt sich, wow, okay, habe ich gar nichts voll mitgekriegt von der Aktion. Und auch die Verkäuferin drin sagte, das kann morgen vorbei sein oder erst in der Woche. Das ist immer so unterschiedlich. Deswegen kann man da öfter auch mal vorbeischauen. Und ich habe mich in diese Schuhe hier verliebt. Oh mein Gott, aber so richtig, ne? Ich habe die im Online-Shop schon gesehen, weil ich aus Langeweile mal ein bisschen rumgestöbert habe. Und dann wollte ich mir die live anschauen. Und ich finde die so mega. Hinten ist es so schwarz, so ledermäßig. Und hier vorne eben so beige-braun. Ja, so helles beige irgendwie. Und hat so kleine Steinchen drauf. Und ich finde das so wunderschön. Ich mag die sehr. Eine Freundin von mir findet die mega hässlich. Die hat gemeint, das wären die hässlichsten Schuhe aus dem ganzen Laden. Aber ich bin voll überzeugt von denen. Und finde die echt super süß. Und dann habe ich mir noch ein anderes Paar Schuhe geholt. Und die fand ich auch so mega hübsch. Und konnte sie einfach nicht stehen lassen. Und das sind diese hier. Die haben einen sehr hohen Absatz. Also das sind, ich habe es nachgemessen, 13 cm. Heftig. Aber allein hier vorne sind es schon 3 bis 3,5. Und deswegen geht das dann schon. Und ich finde die einfach mega, mega hübsch. Und so rum. Hier seht ihr es besser. Und ich fand die so süß. Und es ist nicht so glänzend, lackig. Sondern so wildledermäßig. Und die passen auch wieder sehr zu vielen Sachen im Sommer. Falls der Sommer mal ein bisschen länger bleibt. Also die habe ich jetzt ja auch schon eine Weile wieder. Und ja, ich will die endlich mal tragen. Damit, ja, damit ich auch was davon habe. Und ich finde die einfach super schön. Auch von Girls. Auch von dieser Eigenmarke Akira. Das ist, ich glaube die Eigenmarke von Girls. Das sind die auch her. So, dann kommen wir zum letzten Schuhpaar. Und die habe ich mir selber erstellt in dem Nike Shop. Und ich bin weder gesponsert noch sonst wie von Nike. Aber ich habe mir gedacht, Sabrina kauft jetzt endlich mal gescheite Turnschuhe. Oder allgemein, ja. Schuhe, mit denen man Sport und Workouts machen kann. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich mir jetzt welche kaufe, dann einmal so richtig Bäm-Schuhe. Und dann ist gut. Und deswegen sind es Bäm-Schuhe geworden. Also die sind von Nike und haben hier so einen wunderschönen Ombre-Effekt. Also so mint-mäßig, mint-Türkis. Und dann geht das so ins richtig Knall-Bäm-Pinke. Und ich finde die einfach mega cool. Und das kann man eben selber designen auf dieser Nike-Seite. Da kann man sich das Schuhmodell aussuchen. Und dann könnte ich auch das hier, das Nike-Zeichen in Neon-Gelb machen. Oder diese Sohle in Blau und die untere noch wechseln. Und hier die Schnürsenkel, die Zunge, alles. Den Farbverlauf auch zum Großteil. Und ich finde das so mega cool. Und die fetzen halt richtig. Also wenn ich da eine schwarze Leggings dazu anhabe, und irgendwie ein Oberteil, was jetzt noch in der Farbe ist oder so. Oder auch in einem Weiß oder Grau, was nicht so auffällig ist. Und das macht schon was her auf der Straße. Also da erntet man viele Blicke mit. Und ich liebe die. Die sind super bequem und heißen Nike, Free, irgendwas mit 4, noch was. Ich schreibe euch das unten auf jeden Fall rein. Und sind halt nicht billig. Also wirklich überhaupt nicht. Aber das hat es mir echt angetan. Und ich habe das schon vorher mal bei Instagram gesehen. Und dann ist mir das Bild wieder eingefallen. Und deswegen habe ich gedacht, das design ich mir jetzt so nach. Und ja, finde ich mega cool. Und liebe es, in diesen Dingern jetzt rumzulaufen. Ja, das war es jetzt mit meinem Haul. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.